Rittal – unsere Kompetenz, Ihr Nutzen Auf der Hannover Messe 2016 zeigt Rittal, wie Sie Ihre Prozesse vereinfachen, beschleunigen und verbessern können und fand damit größtes Interesse auf höchster internationaler Ebene. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, besuchte auf seinem Messerundgang in der Begleitung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel auch den Stand von Rittal. Dr. Friedhelm Loh nutzte die Chance, die Gäste eingehend über die Innovationen von Rittal zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017